Ihr kennt das, ihr baselt ungeduldig auf ein Paket und das wandert dann auch noch in eine fucking Packstation. Wir hetzen also los wie ein Drogenjunkie auf den Zug, der versucht den nächsten Bahnhof, äh, die Packstation der Begäde, meine ich natürlich, zu erreichen. Also rauf auf Spike, Jan-Ulrich-Modus an und alle hier fahren ausländen. Wie vom Teufel verfolgt, erreichen wir nun die wenigst erwartete Packstation. Fall noch gleich drüber her wie jemand, der versucht am Ticketschalter noch schnell ein Ticket zu lösen, um den letzten Zug zu schaffen. Endlich ist es soweit und wir dürfen unsere Karte scannen. Gefühlte zwei Tage, 4000 Versuche und 32 Wutausbrüchen später ist es dann auch schon soweit. Der Strichcode wird von diesem offenbaren Hochleistungsscanner endlich getrennt. So, und nun endlich her mit dem Paket der Begierde. Aber stopp, es liegt keine Sendung für Sie in dieser Packstation? Und weil das scheinbar noch nicht frech genug ist, bedankt sich diese Scheißmaschine auch noch für die Nutzung. Danke für nichts, Deutsche Post. Danke für nichts.